Hallo liebe Anleger und herzlich willkommen zur 13. Folge von Aktien kurz und knapp, dem Podcast für zwischendurch von junger Anleger. Mein Name ist Robin und heute schauen wir uns die Aktie von Nestlé genauer an. Der Nahrungsmittelriese Nestlé schlägt beim Hamburger Gewürzhändler Ankerkraut zu. Bekannt ist das Startup besonders durch die TV-Show Höhle der Löwen. Erst Ende des letzten Jahres hatte Nestlé-Konkurrent Kraft Heinz mit Just Spices ebenfalls ein deutsches Gewürz-Startup aufgekauft. Sollten die Kartellämter den Deal durchwinken, wird Nestlé strategischer Partner und Mehrheitsaktionär bei Ankerkraut. Die Ankerkraut-Gründer präsentierten ihr Unternehmen im Jahr 2016 bei der beliebten Gründersendung auf Vox. Mit 1,5 Millionen Euro bewerteten die Experten den Konzern damals. Heute setzt Ankerkraut bereits rund 50 Millionen Euro um und nun will Nestlé in etwa 85 Prozent der Anteile übernehmen. Der Rest soll in den Händen der Gründer und des Managements von Ankerkraut bleiben. Wie viel Nestlé dafür auf den Tisch legen muss, wurde zwar nicht öffentlich kommuniziert, eine Größenordnung ähnlich der Akquisition durch Kraft Heinz gilt aber als wahrscheinlich. Just Spices war zum Zeitpunkt des Kaufs bei einem Umsatz von 60 Millionen Euro mit etwa 190 Millionen Euro bewertet worden. Die ersten Reaktionen auf den Deal waren sehr negativ. Und das ist noch gelinde gesagt, denn eigentlich können sich die aktuellen Kunden von Ankerkraut noch nicht so richtig mit dem Nestlé-Konzern identifizieren. Dem Spiegel sagten die Ankerkraut-Gründer Anne und Stefan Lembke dazu, wir haben Nestlé als ein ganz tolles, cooles Unternehmen kennengelernt und sind begeistert, sie als Partner zu haben. Eine Begeisterung, welche die Werbe-Community des hippen Gewürzhändlers nicht unbedingt teilt. Bislang haben sich bereits 20 werbende Influencer wegen des Nestlé-Deals von Ankerkraut distanziert. Darunter bekannte Internetgrößen wie LeFloid. Eine solche Reaktion hat Nestlé aber wohl erwartet. Der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt hat in einem wesentlichen Teil der Social-Media-Welt seit Jahren einen schlechten Ruf. Zahlreiche Skandale haben das Unternehmen über die Jahre für viele zum Symbol für kapitalistische Ausbeutung auf Kosten anderer gemacht. Ein Image, das der Konzern nur ganz schwer wieder los wird. Die Ankerkraut-Gründer sprechen von einem ganz anderen Eindruck. Man habe sich vorab sehr gründlich über Nestlé informiert und das Gefühl, dass Nestlés Ruf schlechter ist als das Unternehmen an sich. Unabhängig davon ist Ankerkraut in den sozialen Medien breit genug aufgestellt, um einen solchen Backlash zu verkraften. Der Konzern führt eine dreistellige Anzahl an Kooperationen im Gaming- und Lifestyle-Bereich. Jetzt fragt man sich natürlich aber trotzdem, warum tun sich Nestlé und Ankerkraut einen solchen Shitstorm überhaupt an? Im vergangenen Jahr setzte Nestlé rund 87 Milliarden Schweizer Franken um. Bedeutet, in 2021 hätten die Geschäfte von Ankerkraut gerade einmal knapp 0,05 Prozent des Gesamtumsatzes vom Schweizer Nahrungsmittelkonzern ausgemacht. Die Ziele hinter dem Kauf gehen also über die reine Umsatzsteigerung weit hinaus. So hat man es bei Nestlé besonders auf das Know-how von Ankerkraut im Bereich Omnichannel abgesehen. Laut Nestlé-Deutschlandchef Marc Börsch könnten beide Unternehmen voneinander lernen. Zum Beispiel, wie Marken aufgebaut, Trends aufgegriffen werden und Innovationen entstehen. Oder auch, wie ein Portfolio erfolgreich wachsen kann. Wir halten den Schritt für sehr mutig und sind gespannt, wie sich das Medienecho auf die Ankerkraut-Umsätze auswirken wird. Beim Gewürzhändler hofft man noch, dass der ein oder andere Werbepartner doch an Bord bleibt. Für Nestlé geht es jetzt aber darum, ein hippes Startup, deren Kundschaft einem nicht gerade wohlgesonnen ist, erfolgreich zu integrieren. Und seien wir mal ganz ehrlich, es ist ja nicht das erste Mal, dass Nestlé ein Shitstorm erlebt. Und es ist durchaus unklar, ob die vielen Shitstorms in der Vergangenheit dem Schweizer Konzern bislang überhaupt geschadet haben. Die Nestlé-Aktie bleibt deshalb weiter Teil unserer Top-50-Aktien und die Übernahme wird kurzfristig wohl kaum Auswirkungen auf den Gesamtkonzern haben. Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, kannst du den Podcast ganz einfach auf der Plattform deiner Wahl abonnieren. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, hau rein und ciao!